Herzlich Willkommen zu einem neuen Video! Mimo 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 Oh Mann das wär halt schon Huuu Also So Oh der Spohn halt immer hier Er hat grad aufgehauen So 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 Mimo 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 ton Oh Geh doch da hoch Geh da rein Oh man Ich bin netzer Jetzt hat er Pfefferminz wie lange er noch rauskommt Geh grad scheißen, Karam? Okay Oh Oh Jetzt darum haben wir diese Scheiner reingebaut, digger Und was ich hier so richtig geil lang grabbeln kann Oh Oh That's guess I know that's I know I know I I Unentschieden, Digga, wahrscheinlich. Sous-titrage ST' 501 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Leute, jetzt sind doch endlich mal diese Knöpfe hier neu. Ich sitz' gewonnen. Musik Warte, ich glaube wir machen auch noch eine Zeit 1v1 die ich habe es nicht mehr ich habe es nicht mehr ich habe es nicht mehr ja, ich habe es nicht mehr also nicht mehr und das ist mehr Was ist das? Die hier wirklich auch noch updaten, die sehen auch irgendwie hässlich aus, so welche Knöpfe hier finde ich geil Das hier brauche ich nicht mehr Das Jetzt tun wir einfach mal alle Farben rein Ja, aber doch Und die hier vielleicht noch? Vielleicht noch mal ein bisschen Vulkanzusammenbung Vulkanzusammenbung Ja 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 Und vier Ja 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 Ich find's Ah, jetzt sind die ineinander Ja 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 Ja, das wird ein Fehler von Fortnite sein. Sollte? Da es nur noch die mit verschiedenen gibt. Das ist anscheinend ein Fehler in Fortnite. Keine Ahnung. Das ist ein Fehler. Ja gut, kann man nichts machen. Pass auf, am Bock. Was für eine Farbe sollen wir nehmen? Was für eine Farbe? Was für eine Farbe? Okay. 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 Was für eine Farbe. Ja, das ist Marshmallow. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 230 noch? 230 Nachrichten im Klassenchat. Oh, Scheiße. Du schickst mir an welche. Ey, Bro, was machen die denn? Lass mich kurz überreden. Nein. Bro, wie viel ist das? Bist du ein bisschen brutal? Bist du ein bisschen brutal? Bruder, was schreibt die? Das ist meine Hörer. Das ist meine Hörer. Hier, was meinst du? Oh, was macht die denn? Jetzt kommt dieser Sticker von der Diodas. Nee. Nee. Du wirst? Bitte nicht Spam, 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 bitte nicht Sp Ich will Nachrichten zu. Was soll los? Hehehehe Kyle! Woow! Wait, 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 wait! There you go! Ich muss die mit Katonik. Ich muss mich kurz überlegen. Nein. Ich will nicht jedes Mal dreimal nacken. Ja, es sind halt 300. Und du schreib mir Mona Hi. Will. Will. Scheitert die Gruppe stumm, das ist immer. Ich hab sie, ich stumm. Also ich hab sie, ich stumm. Ich stumm. Ich hab sie, ich stumm. Das wäre die Jahre. Bist du ein Mädel, euer Junge? Bist du ein Mädel? Bist du ein Mädel? Oder Junge? Mädel. Ja. Mädel. Mädel. Was gibt's? Gen sweets somethin. Hcahaha! Ehre genommen! Ehre genommen! Ehre genommen! Anno Gagn PlayStation! Anno hat gar kein Bock mehr! Achhh man hat gar keinen Bock mehr, dingo! Ehre genommen! Anno hat doch gar keinen Bock! Witt! Das ist mir ein bisschen zu haram. Haram. Das ist sehr haram. Jetzt schleppt die Seele in Wasser. Keine Ahnung. Nein. Hallo. 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 Bo-bo-boi 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 Jungs Nein! Geil! Geil! Loser! Sisko Bot, nooooo! Hello? Hi! Oh! Hello! Die fassiert! Jetzt! Juni! Mach aus! Copyright! Mach aus! Copyright! Geil! Mach aus! Copyright! Hallo? Hi! Hi! Alter! Marco 2 freut sich! Scherzhaft! Wow! Kann ich mal bitte aufhören! Ich möchte jetzt meine Mitarbeiterbaudi zugestappt werden! Gigant, gigantisch! Zumal die Arme ist wieder da! Sag Mama! Guten Tag! Was geht? Geil! 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 Hast du auch schon ne Season 6? Warst du da auch schon drin? Ist auf jeden Fall geil Season 6! Ist auf jeden Fall geil Season 6! Richtig nice! Nein! Ich war noch nicht drin! Ich bin bloß im Funkloch! Nicht du! Oha! Oha! 300 Daten aus dem Klassenchat! Oha! Reicht doch! Völlig los! Was ist denn? Frau Korne hat nicht geschrieben! Bitte nichts mehr! Ja klar! Hat die wirklich geschrieben? Ja! Sag Wohler! Säftiger! Wo hat Frau Korne was geschrieben? Wohler hat die Wohler geschrieben! Bitte nichts mehr! Nein! Ich bin so... Du bist so... Du bist so... Du bist so... Du bist so... Wie checktest du? Hallo! 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 Hi! Du bist so... Du bist so... Warte! Was ist das? Ich bin eine Rine! Ich bin deine Briebe. Ich bin deine Briebe. Ich bin deine Briebe. Wie ist das? Ich bin deine Briebe. Du bist stolz nicht. Was ist das für ein Willens? Hilfe! Ich bestäube dich. Digga, was ist das? Ich bin die Briebe. Ich bin die Briebe. Ich bin die Briebe. Mach du mal bitte Hausaufgaben. Mach deine Hausaufgaben. Mach deine Hausaufgaben. Nein. Doch. Nein. Doch. Lass mich schlafen. Lass mich schlafen, Digga. Ja, genau. Geh mal halb dreiviertel nach zwei schlafen. Völlig los. Was ist das für fällig los? Die Frage ist, woher guckst du? Na, lol. Moment, Frau Conner gleich so auch noch anfängt. Da muss aber ganz schnell los. Oh, Digga. Die Arme, die jetzt bestimmt gar keine Nerven mehr. Na, was heißt Arme? Die hat doch eh nichts zu tun. Na, stimmt. Die können sich gleich unsere 300 Nachrichten durchlesen. Ja, Bro. Die liest sie sich ja, glaube ich, sogar immer durch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hallo, mein Freund. Wieso wirst du mal in der Insel beitreten, wenn du noch nicht mal mit Hausaufgaben fertig bist? Warum nicht, ist die Frage. Ja, weil du Hausaufgaben machen wirst. Hallo, hallo, hallo. Hi. Du hast, glaube ich, hier keine Rechte. Du hast keine Rechte, um hier was zu bearbeiten. Bro, mach aus. Sonst muss ich dich dummen Copyright. Mach aus. Okay, stumm dich. Schreib mir, wenn du wieder, ähm, ja. Ich höre dich jetzt nicht mehr. Ich höre dich jetzt nicht mehr. Ist das die Mitte? Ja. Mach aus. Nicht mehr. Schreib mir auf WhatsApp, wenn ich dich wieder einstimmen soll. Ja, schreib mir aber kurz ab, wenn ich dich wieder in den Sturm soll. Geh, entstumm dich wieder, hab dich entstummt, mach aus, was machst du hier? Mach aus, was machst du? Mach aus, dann stumm ich dich wieder. Ich baue jetzt noch mal eine 1v1 Map, bloß in anders. Das wird die OG 1v1 Map, ne natürliche, wo auch Bäume und so hin kommen, also das wird einfach nur mit Barriers abgetrennt und jetzt mach das aus. Sonst kick ich dich. Ich kick dich. Nein, FBA öffnet ab. Copyright, 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 Copyright. Mach mal so. Mach aus. Ich kick dich gleich, mach jetzt aus. Hello there. Ich würd's hier ausmachen. Warte, hör mal, zieht er ins Küche. Wenn ich in der Gruppe weitbleiben will, dann würd ich hier ausmachen. Wenn ich in der Gruppe weitbleiben will, dann würd ich hier ausmachen. Das passt nicht schnell. Das ist extrem schnell. Das ist eigentlich mal schnell. Nochmal eine 1v1 Map. Mach aus jetzt. Mach jetzt erst mal Ausaufgaben fertig bevor du irgendwas machst. Ja gut, das ist ja eigentlich mein Problem. Aber... Digga, muss ich dir denn die Rechte wegnehmen? Nein, ich schniff nur ein bisschen. Ich schniff dich auf. Garde. 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 Sehr witzig. Garde. Das ist ein Bug-Kerren mit denen, der so schwarz ist. Weil es gibt nämlich keine... Ding mehr, ähm... Wo man... Äh...ja... Diese Farbe da, diese Farben da... Was passiert, wenn ich jetzt hier alles lösche? Das bin ich nie wieder mit der Freude zu sich als freundlich. GDC. Unglück. Okay. Und du wahrscheinlich, ja, hört es doch gut an. Okay. Naja, kann man doch nichts sein. Biuh! Biuh! Biuh, 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 Biuh. Mach doch, ist alles kaputt. Jetzt fängst du auch noch damit an. Biuh! Biuh! Okay, mach mal eine Hausaufgabe, dann helfe ich dir. Okay, 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 okay. Endlich mal was sinnvolles. Biuh! 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 Jetzt! Biuh! 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 Lass die ganze Map vollbauen! Nein, du sollst Hausaufgaben machen und ich baue in der Zeit die 1v1 Map. Mein Blatt ist komplett nass. I got him! Nicht Gesundheit mach. Das mach erstmal fertig. Eigens ist ja nicht mein Problem. Wenn du Hausaufgaben nicht fertig hast. Ich bin ja noch so nett und sagst es. Jetzt hör auf hier drin alles zu stylen. Wir machen ein Ding-Ding-Ding. Ein Ding-Ding-Ding. Du sollst jetzt dein Ding lassen. Du hast es weg. Ich will, dass hier ein Ding ist. Ja, das können wir später machen. Jetzt wird erstmal ein Bruch vorgebaut. Ist ja eigentlich nicht mein Problem, wenn die Hausaufgaben nicht fertig sind, aber naja. Jetzt mach doch diese Scheiße weg. Warum machst du jetzt was hier alles gelöst? Weil ich jetzt hier ein Natural bauen will. Natürlich. Ein Natural bauen will? Natürliches 1v1. Mit... Mit Zombies. Mit... 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 Was zum Teufel? Mit... Den hier. Bruder. Was ist bei dir falsch? Na, ich bin falsch. Hallo Jetzt hör doch mal auf Warte, warte, warte Guck, was ich mache Digga, ich nehme jetzt die Echte weg Ich bin ein Mech, aber tanze Das ist mir wurscht Mehr mache ich auch nicht Was, soll ich jetzt wegnehmen oder nicht? Nein, bitte nicht Dann hör auf Ich tanze nur, ich tanze nur Ja, Digga, mach den Scheiß weg Ich sitze doch nur Auf einem micklich, micklich kleinen Stuhl Was für micklich klein? Jetzt macht er den Dreck weg Ich bin aber ein Roboter Ist mir egal Bleib mal beim Thema Das ist echt dein größtes Problem Dass du nicht beim Thema bleiben kannst Was für Das ist das Und hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin deine Musikbox. Ich bin deine Musikbox. Ich bin deine Musikbox. Ich bin deine Musikbox. Verpiss dich. Nein, weh. Du machst das. Ja, okay. Warte, warte. Dann machen wir das. So, gleich. Hier. Zack. Ja, wunderschön. Bruder, ich nehme dir jetzt die Rechte weg. Ist mir wurscht. Nein. Geh einfach. Bitte. Wieso kann ich nicht mehr springen? Mir ist alles kaputt. Danke. Okay. Digga, was ist das denn schon wieder verbuggt, dass man nicht springen kann? Wenn man in Mech steigt, dann kann man nicht springen. Weil man die nicht verstört, die Mech. Äh. Ja. Ich hab dich nicht verstört. Du hast nicht verstört. Du kannst springen. Ja. Und wieso kann ich nicht mehr springen? Weil du die Mech verstört hast. Ist mir wurscht. Wie mir das egal ist. Ich hab dein Pech, wenn man nur Scheiße macht. Ja, okay. Ich mach meine Hausaufgaben, dann baue ich wirklich nichts. Okay? Ich hab meine Hausaufgaben. Ja, ich muss aber nochmal, glaube ich, in neue rein. Wieso bin ich da drin? Ja, weil ich im Zentrum bin nun wieder raus. Ja, jetzt kann ich wieder springen. Schmutzmecher. Wieso bin ich da drin? Ja, weil ich im Zentrum bin nun wieder raus. Ja, jetzt kann ich wieder springen. Schmutzmecher. Ich mach bloß für dich Musik hier. Ich brauch keine Musik. Schmutzmecher. Geh weg Schmutzio! Geh schmutzio! Geh schmutzio! ich bin hier drin eingesperrt ich kann eh nix machen also ich bin hier drin eingesperrt und das ist ja auch das ist ja auch eine og 1v1 map die heißt ja auch das og 1v1 das sollte ja schon klar sein was ich hier bauch ein paar sachen aus paar seltenstätten wo ist dieser eine ort den du gesagt hast der wieder reingekommen ist ein alter wow krass mal ist doch der lucky landing war mir aber auch irgendwie klar gewesen dass es nicht kommt keine ahnung wieso ich hab einfach einen neuen cola gemacht gibt es sowas wie spiegel was gibt es sowas wie spiegel doch frag ich das nicht keine Ahnung ah keine Ahnung je jaja blomm jätte jaja das w varie lur we sam Erste Seite. Fertig. Neues Cockney. Oh mein Arm krampft 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 krampft. You know me? Ich mach jetzt einfach Buch. Dann bin ich fertig. Und dann der Heftentrag. Ist der Heftentrag zwei Seiten lang? Na der ist doch gut. Kannst du ein Griffboard spawnen? Nö. Warum? Weil du ecklig bist. Ich weiß es. Äh du. Du hast keinen Griffboard. Du bist noch zu jung dafür. Schau mal. Ich war schon ein riesigen Match. Was ist das dummste in Fortnite? Ja. Das dummste ist einfach nur dumm sein. Das ist einfach das schlimmste. Was ist das schlimmste Item in Fortnite? Ich finde... Ich finde... Ne Fackel. Ja. Die Fackel. So unnötig. Das war's. Die Fackel ist eigentlich gut. Ich finde Fackel ist gut. Ich finde Fackel ist gut geil. Guck mal auf den Bushi-Boy. Guck mal auf den Bushi-Boy. Du bist einfach Wallen-Team. Was geht? Ich bin Bushi-Boy. Du bist einfach Wallen-Team. Was dir? Wallen... Hier möchten sie Geld aufheben. ATM. Ja, warte, warte. Ich brauche ein bisschen Geld. Warte. Äh. Bi-bi-bi-bi-bi. So, danke für ihr Geld. Nee, warte mal. Ich kenne auch ein dummer Automat. Bitte zahlen sie Geld ein. Ja, okay. Moment. Ich suche mal ein Geld aus meiner... Kaputt... Auf meinen Kaputt... Bitte zahlen sie Geld ein. Oder verbissen sie nichts. Fesse! Bitte zahlen sie Geld ein. Was willst du von mir? So, komm her. So, hier. 60.000 Billionen Euro. Danke. Ciao. Du Scammer! Scammer get scammed! Scammer wurde scammed. Du bist ein Scammer. Ich melde dich auf Reaper Games. Was geht? Was geht mit Scammer? Was geht mit Scammer? Was geht mit Scammer? Was geht mit Scammer? Warte, warte. Bleib still. Bleib still. Bleib still. Warte. Warte. Ui, pu pu pu. Ciao. Komm, komm. Warte mal. Warte mal. Guck mal hier. Hier. Wieso ist ja auf einmal eine zweite... Trymax? Hallo. Hier gehörst du rein. Das ist die Nix. Das ist die Nix. Das ist die Nix. Das ist die Nix. Symex. Geh mal hier bitte rein. Hier ist ein Geschenk für dich drin. Ja, geil. Ciao, Scammer. Gib mir auch so ein Ding. Weißt du mal, was es ist? Ja, das ist dieses Ding-O-Mat. Ding-O-Mat? Geil. Ja, das ist dieses Verwandlungs-Ding-Ding-Ding-Ding. Nu, 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 nu. Jetzt gibt mir auch so ein Ding! Wo bin ich wohl? Wo bin ich wohl? Wo bin ich wohl? Mhh? Mhh? Mal gucken. Äh, ich krass mir noch ein bisschen... Aaaaaaaaah. Aaaaaah. Hier in der Bank. Knoppe! Sorry. Ey, das sieht voll echt aus. Ist so. Warte, bisschen weiter. Jo. Digga, damit kann man voll geile Storys machen im Skincontest. Aber natürlich wird es das nicht drin geben. Aber natürlich wird es das nicht. Ey, meine Barsche ist weg. Weil ich sie dir entfernt habe. Ja. Ding-Dong. Bushi-Boy. Ding-Dong. 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 Ich will nicht mehr. Danke. Warte mal. Bitte zahlen sie ihre Wichse ein. Bitte zahlen sie ihre Wichse ein. Warte. Ich such grad was. Jetzt. Jetzt zahlen sie ihre Wichse ein. Nö. Sie müssen aber Wichse ins Parkour. Warte. Ich such grad was. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Was bin ich an? Warte mal. Wollen sie 빨is gehen? Oh ja. Super Flitzen. Geil. Warte. Warte. Arsch aufklapsel. Warte, warte. Kann ich mich auf dich stellen? ich muss das so was ich muss dann wicke ah hier ob sie aber so bin korrekt unauffällig ein kaltzimmer ähm weißt du wer ich bin? weißt du was ich bin? muhaha gib mir dein geld. was? wie das? was geht? gib mir dein geld. bitte bitte hier. guck hier. hä woher hast du waffen? meins? ey gib mir die schnicks nimmer. doch. hier. oh. 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 mitas hat sich die lust aufgewiesen. mal. scheißen to go. scheißen to go. scheißen to go. wenn du mir nicht dein geld gibst, dann tue ich den nullpunkt vernichten. wow. tschüss. gib mir dein geld. piss einmal rein, dann gebe ich dir dein geld. okay. piss gold, bitte. piss gold. dann werde ich gold. nein, lieber nicht. dein schwanz ist zu lang. was geht? gib mir dein gold. gib mir dein geld. alles was du hast. hey boll. sag mal ein boll. okay. warte. ich such gerade auch noch was krasseres. aber ich finde das krasse ding nicht. und ich muss mal den kopf auch neu anmachen. so jetzt hörst du dich nicht mehr. okay. warum? so jetzt hörst du dich nicht mehr. so jetzt hörst du dich nicht mehr. ich suche jetzt was krasses. okay? Okay. So, können wir jetzt bitte die 1v1 Map weiterbauen, wenn du endlich mit Hausaufgaben flatterst bist, danke. Schmutz. Ich störe dich nicht. Ich störe dich denn nicht. Hey! Ich störe dich nicht. Lutsch. Jetzt hör ich dich. Lutsche. Du lutschst jetzt mein Schwanz. Nein, du löscht mich nicht. Wir haben mich einfach löscht. Gnadenlos. Wir haben mich gnadenlos löscht. Gnadenloser Eltern. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Warte, ich... Warte, Schneeband, Schneeband. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Jetzt hab ich das dir kaputt gemacht wegen dir. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Aber deine Mutter sehe ich. Du siehst mich. Kappa. Besser ist es auch. Du siehst dich. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ehhh, du hast mich gelöscht. Iiiiii-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie. Warum löscht du nun? Weiß ich nicht Marc. aber ein grund um einfach nichts zu machen ein grund um zu wechseln ja ganz bestimmt ist denn niemand richtig online der mitspielen kann elize flow war gerade online er hat jones vorhin du siehst mich nicht seit wann kann man boden abbauen seit wann kann man gras her aus gras kommt stein was geht was geht was geht einfach aus gras stein da kommt eigentlich kokain raus ja ganz bestimmt aber guck mal die polizei leute die kokain in der hand halten hast du kokain oder was helfen sie mir bin hier in gefahr bin hier mit einem geistig kranken hast du gesagt kokain also glaube ich abfahrt du kannst du siehst du siehst mich nicht ja ich bin nur eine friedliche banke mitten im glück von 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 zu sehr nett. Und mach dir eine Cone hin, danke. Okay, eine Cone. Stell dich mal ein bisschen in die Mitte. Ja, klar, natürlich. Oh nein. Oh, Cone. Ja, was du wolltest, Cone? Du wolltest die Cone. Ich wollte die Cone, dass du die... Hallo, wie geht's dir? Ja, ich wollte dich nicht rauslassen. Ah, er hat einen guten Flash. Kannst du mir nicht spawnen, dann bin ich sehr zufrieden, weißt du? Ich aber nicht. Du bist doch noch nicht mit Hausaufgaben fertig. Nein. Ich bin dein Vater. Mach sofort Hausaufgaben. Halt die Fresse. Ey. Niemand mag dich. Doch. Zumindest mehr Leute als ich... Schnauze. Ich muss dir gleich alles wegnehmen. Mach Hausaufgaben. Okay, Papa. Mach Hausaufgaben. Darf ich dich wenigstens ficken? Naja, gerne. No more. No more, aber ja. Atm zum Mitnehmen. Atm zum Mitnehmen. Atm zum Mitnehmen. Kerem zum Mitnehmen. Frisch auf in der Snackbar. Nice. Ja, guck. Fabio. Wir haben schon ewig nicht mehr mit Fabio gespielt, stimmt. Fabio war auch ewig nicht mehr da. Lebt der noch? Er lebt noch. Atm zum Mitnehmen. Ist mir egal. Kann ich nicht stehen bleiben als Atm-Automat? Ja, nur wenn du dich sneakst. Okay, ich sneake. Guck. Also wenn du dich duckst, dann kannst du dich halt nicht mehr bewegen. Ne, ich kann mich auch nicht bewegen. Oh, jetzt schon. Ne, los. Oh. Ja, vergesst es da, da falle ich nicht wieder raus. Ach komm. Noch einmal schlagen? Ne. Okay, du darfst mich sogar am Spawn einsperren. Guck. Hier. Oder darfst du dich hier einsperren? Ist mir wurscht. Jetzt mach Hausaufgaben. Du bleibst so lange hier drin, bis du Hausaufgaben machst. Mach das. Und wieso kann ich keine Cone machen? Hä? Jetzt. Mach wenigstens ein paar Fenster rein. Kann man so noch durch? Oh. Lass, egal. Ich will es hier nicht. Bleibt doch mal schön drin. Äh, ich muss noch mal ganz kurz was einstellen, also. Findet sich nur mal eins und zwei an die Raute? So grünen die. Also nur, dass es dir ein bisschen besser geht. Ja, alles besser in deinem Besten. Mach Retro raus. Das ist kein was. Das ist mit 0% Licht. Alter, du tust dir auch weh. Das tut dir überhaupt nicht weh. Ich fühl mich grad, als wär ich blind, Alter. Das spür. Also schön sieht sich aus. Meine Augen tun auch langsam weh. Aber naja, was soll man machen? Was er kein ergibt, äh, ergibt, so, Buch bin ich fertig, Niklas. Bist du stolz auf mich? Bist du fertig? Mit Buch, ja. Ja, und mit dem Rest? Mit Arbeit, da bin ich auch fertig. Bist du jetzt mit allem fertig? Ja. Ja, mal, hast dein Tag. Ja, dann schreib den. Solang bleibst du hier drin? Ich flex neintis über dir. Du Fettsack. Oh, noch bisschen Double Edits üben, wo ich die grad wieder verkackt hab. Und jetzt kannst du auch langsam. Ja, ganz wahrscheinlich zum Porno hochladen. Wow. Wie geht's? YouTube, band den weg. Triple Edits kannst du auch langsam. Ja, schön. Niemand hat gefragt. Ja, Bro. Nur zu deinem Besten. Ja, Bro. Oh, shit. Wir sind Bros. Oh, krass. Also, wir sind Bros. Okay, da. Ey, war doch keine Wand. Ist halt krass, Digga, dass ich Double Edits mit Mausrad bauen kann. Schön. Ist mir wurscht. Ich glaube, ich editieren wir es so. Da kann es ein kleines bisschen schneller. Oder einfach nur so. Boah, editiert einfach nicht. Ja, sonst bin ich auf jeden Fall. Double Edits laufen. Ob ich Double Edits kann, keine Ahnung. Achso, ich darf, muss ich noch eingesperrt lassen. Sorry. Kein Problem. Okay. Oh nein, was kann ich denn fahren? Wieso kann ich denn keine Korn mehr bauen? Aha. Wo kann ich nur noch mit Mausrad bauen? Aber ich kann nicht mehr mit Tasten bauen, Digga. Kann jetzt mal wieder jemand online kommen? Ich hab gar Bock hier allein. Ich hab gar Bock hier allein. Leute, ich hab' ich noch mal Wohnnimmer in Bemerkungen kommen. Kennst du noch Tony? Du kannst noch damit meine Stahl kommen. Achso, du kannst dich mal in meiner Liste haben. Ja, ich hasse dich überall. Kennst du Monster Blue noch? Ja, natürlich. natürlich voll spacko jetzt noch ein Blut es geht man kann echt weiter spielen man kann echt höher spielen dann 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 was ist du kommst das kreativ sein ich will kein kreativ ich will leveln letzte Season hab ich es nur bis 200 geschafft ja auch ja auch ja Bro ich will jetzt wieder suchten ich will wieder suchten die Season macht bisschen Bock ein bisschen klar jedes Season ist einmal von halbz und habe als Kanzler gebrochen ja schon die die wenn ich level 100 bin ich mach die 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 Ach so geht der auf M ja ich meine Päste 4 klar weiß was ich gemacht habe auf der ps5 rb ich hab gesagt ps4 bruder mit dass ein pc spiel auf der ps4 das habe ich auch auf dem pc das geht ihr überall außer switch und ps5 ich denke bei ps5 4 2 kommen oder so das spiel machen bisschen bock aber ich spiel es nicht mehr haben es vor drei monaten angefangen zu spielen dann so zwei wochen später habe ich habe ich einfach kein bock mehr egal ich verlasse so der opfer das hat man nicht geschrieben ja das stimmt du coach mich einfach das kann ich nicht gut aber 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 wenn es mal um eine sache geht die die man schnell endet digga da bin ich schon gut das kann ich siehst du ja wenn es mal um eine sache geht aber so dieses zehn mal einander das kann ich irgendwie gar nicht keine ahnung das kann ich das kann schon das auch einfacher digga da musst du nur paar tasten drücken auf pc ist ja ich habe schon sterben hey man geht es einfach nicht hallo wer bist du wer bist du Achso, ok. Ja, mach so ne Kalteskip. Ok, pass. Auffahrt. Ja. Digga, ist was dein Ernst? Das ist jetzt so eine Mission. Naja. Wo bin ich jetzt? Was? Ich muss sie auch gekriegt. Ja, ich muss sie auch gekriegt. Ja. Okay. Wieso werden wir wegen Netzwerkverbindung abgebrochen gekriegt? Keine Ahnung. Jetzt lass mal bauen. Jetzt bauen wir mit, Digga. Okay, warte. Ich werde eigentlich eine Banane. Du sagst mit, Baum. Ja. Ja. Lass dann einfach Elias sagen, das ist die 1v1 Map in der V4. Weißt du mal, ich habe jetzt eine neue Map angefangen und dann sagen wir einfach zu Elias, wenn er das nächste Mal fragt, ob wir drin spielen können, sagen wir einfach, das ist die Version 4. Okay. Aber wir bauen mit Bäumen und so. Also so richtig natürliche. Bäume sind unnötig. Ich weiß nicht, wie wirst du es bauen? Bananatarnung. Ich höre Bananatarnung. Ich höre Bananatarnung. Wir sind hier kaputt, ich bin echt. Leider. Bro, was ist denn das? Wieso war die Schlange voll? Bro. Irgendwie ist bei mir nicht jeder ein Creative drin. Bei mir niemand. Bei dem niemand online ist. Zwölf Leute. Toll. Super. Mach bereit. Okay, ich bin gerade an der Anahne Telefon. Wunderbarke. Deshalb habe ich das halt hier. Weil ich mich nach Hause fahren muss. Und wenn ich dann bereit bin, bringe ich es hier. Also, die Antwort kommt gleich. Oder später. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ach, Digga. Wieso müssen genau wir denn gekickt werden? Wieso nicht jemand anders? Sind doch gerade 10 Millionen Leute in Kreativ. Wieso wir? Ich weiß es nicht. Jetzt kann man eine Stunde warten, bis wir wieder in Kreativ sind. Egal, dann mache ich Hausaufgaben. Es hat niemand eine Gruppenkeile bei mir, Digga. Äh, Gruppenkeile. Ding, du hast schon. Weil wir sind fast alle Kreativ. Ich meine ja auch Kreativ. Keine, guck mal auf Gruppenkeile. Weil einer Gruppenkeile spielt wahrscheinlich. Gruppenkeile ist nicht mal drin, boh. Natürlich, du spielst immer Gruppenkeile. Hä? Hör ich auch. Natürlich, Gruppenkeile ist drin, denn du siehst. Wollt, was habt ihr keine Gruppenkeile? Jetzt auf einmal laut. Ich will auch. Baby, war du Kreativ, Comforbo, Solo, Duo und so weiter? Gegen überliegende Seiten. Zeiten zueinander. Parallel. Was sind jetzt alle vorlesen? Gleich lang. Ah, die Schnitze. Schnitze? Ja. Hallo Schnitze, wie geht's dir, Schnitze? Schnauze, wenn du es halt so haben willst. Okay, halt die Schnauze. Ich schalte sie nicht. Ich schalte meinen Mund auch gar fest. Aber ich habe keine Schnauze. Nee, doch denkst du mir auch. Komm, Digga. Kreativ, mach doch mal hin. Wir können nochmal ein Game neu starten. Boah, da steht die ganze Warteschlange voll. Was für eine Warteschlange, ey. Boah, lass doch einfach so viel rein, wie sie wollen. Aber wieso müsst ihr genau uns kicken? Ja, aber du musst erst mal bereit drücken. Ja, ich tue gerade bereit machen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich tue gerade. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wie die Oma zu ihr bringt Handy oder sowas und das dauert jetzt eine halbe Stunde Nö Nö Stuhl knirps Schönes Geräusch oder? Nö 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 die sind doch noch mal richtig dünn guck mal wie dick die sind hast du die irgendwie dick gemacht hier guck die sind auch nicht mehr im raster guck wenn du dich so pläst dann zieh die nicht im raster guck die sind einfach nicht mehr im raster das ist das problem warum sind die eigentlich auch so fett die sind die sie sind alle nicht im raster die du gemacht hast wieso die händen sind die passen manchmal wieder hier die reihe zu hier überlappt sich wieder eins du weißt ich bin nicht so gut im baum ja aber das raster hast du doch wie schnell gehst du ich gehe mit schnellster geschwindigkeit durch also ich habe raster ausrichtung hier guck die guck die sind nicht im raster guck hier hör mal auf ganz was hast du pleißen guck hier guck die sind ja nicht im raster wie kann ich denn ich komme ich ach so ich muss telefonen mit dem raster habe ich eh komplett aus also im schnellmenü ich habe raster eh komplett aus aber warte mal aus mitte ich weiß nicht ich weiß die sind irgendwie nicht im raster ja stimmt ich bin auch in dem raster wirst du hast das ding was soll ich denn machen wieso leuchten die was ist das wieso leuchtet das was ist das hier ding das ist voll buggy wieso leuchtet hier alles was ist das wieso leuchtet das hier wieso leuchtet das hier leuchtet das bei dir auch ja da leuchtet gar nichts bei mir das ist komplett weiß bei mir hier was ist das welche raster ausrichtung hast du ja wo kann man das überhaupt einstellen raster ausrichtung also raster ist bei mir auch dann kannst du dich doch gar nicht pläsen wir keine ahnung mach mal raster ausrichtung 2 weil ich hab das guck mal ob das bei dir auch so schief ist also ob das auch ich kann die immer noch im raster ganz normal wer ist das wer ist das er wechselt einfach auf pc wenn er dann geht es ja dann startet was ist denn das jetzt wieder kannst du das gut fixen hier ich wurde vom falschen raster gebannt ja guck alle komplett falsch im raster was ist das ist egal graf nicht immer ja boah aber ich weiß nicht weißt du an der einen stelle ist dick das ist überall grad das interessiert doch kein was unter der map ist das interessiert doch kein was unter die das interessiert doch kein was unter dem das interessiert doch kein was unter dem ja aber hier kann man nix blazen manchmal ist das ding manchmal kann man da nix blazen wenn das so dick ist das ist komisch ja klar natürlich du gehst einfach in einem ding durch ja bro ich hab fluggeschwindigkeit aufs höchste ich hab fluggeschwindigkeit auf 3 naja irgendwie siehts ja auch irgendwie siehts natürlich auch real aus weil in echt ist ja auch nicht einfach nur graf ist auch nicht in minecraft blöcken drin also nein in echt ist ja auch immer mal abstand wegen erdbergen oder keine ahnung aber es ist komisch wieso leuchtet das hier was ist das das soll nicht leuchten ich geh jetzt mal ins zentrum und nochmal ganz was rein es leuchtet da kann ich immer nicht bewegen hast du irgendwas gemacht? ich bin ganz süß neu rein bei mir kamen grad die siegel an hier ist immer noch weich weiß was ist das hier? wieso ist das weiß? ist das bei dir auch weiß? ja was ist das? was ist das? ich will das nicht weiß liegt das? was ist das? ich geh dann gleich mal noch in Kreative rein wenn wir fertig sind liegt das an mir oder ist das wirklich schief? liegt das an mir oder liegt das an fortnite? was? was? das ist hier ein bisschen überlappt liegt das an mir oder nicht? weil hier das hier meinst du oder was? ja ja sowas halt das ist alles was du gebaut hast das frage ich mich ja auch wieso das so ist das ist alles so was du gebaut hast ganz normal ich weiß nicht keine ahnung was das ist aber ist ja eigentlich egal weil es gibt ja in real äh äh ist die Erde ja auch nicht glatt lass mich mal mit Seiten machen oh ich will auch mal aus machen ich geh einfach lang ich fahr los ich fahr los später ich leute wieso den den sich och dem Der 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 me der heute den Bei mir leuchtet gerade nichts mehr. Bei mir leuchtet gerade nichts mehr. Das heißt, es ist ein Bock. Bei mir leuchtet gerade nichts mehr. Ich nehme ein bisschen mit dir. Und da kannst du das noch nicht mehr. Ich nehme dir das noch nicht mehr. Ich gehe halt auf dich. ich weiß dass ich überlacht zwar ein bisschen, aber am Ende wird man es sicher keinen glauben. Oder der Speicher geht in Hochtonfall, GG, aber der Speicher sollte eigentlich reichen, so viel brauchen wir, so viel brauchen wir, Items spawnen und so glaube ich nicht. Machen wir das ganze Map voll mit Gras unmöglich. Ja, weil ich will keine Begrenzung mit Wänden machen, das soll komplett frei sein hier. Weißt du, also so ein natürliches One-Wheel-Wheel-Wheel. Aber ich muss schon ein paar Rühe machen. Ne, da mache ich ein paar Bäume an den Seiten hin, damit man da weiß, aha, da geht es dann nicht mehr weiter. Ja ok, dann gib mir einen Baum und ich mache den Rand vor den Bäumen. Also, also ne, ne, um die Ding meine ich, wo halt die orangene Zone ist, hier außen rum halt. So einfach ein paar Bäume, so in kleinem Abstand Bäume hinfließen. Damit man weiß, aha, da ist die Zone, da geht es nicht mehr weiter. Ne, also das können ja natürlich Lücken sein. Gar kein Problem. Aber nur, dass man Bescheid weiß, aha, hier ist dann die Zone, hier gehe ich lieber nicht raus. Das ist ja das Ding. Warte, ich tut ja, ich habe Bäume rausgesucht und ich muss sie nochmal neu raussuchen, weil ich gelöftet bin und neu rein bin. So, ich suche jetzt ganz kurz die Bäume die Schatte. Ich war hier. Ich war hier. Aber die Galerie erstmal noch freilassen, den Rand, weil die brauchen wir eh noch, also den Rand von der Galerie hier noch freilassen. Hier, hier setze ich nämlich jetzt nochmal eine Galerie dran mit dem Baum hier. den linken ja ja den wollte ich ja auch dann habe ich extra gespawnt hier noch nicht so doch oder nehmen auch noch nicht weil es sonst wird sein also ab hier circa wo ich stehe kannst du anfangen halt den kleinen abständen so bäume ja wo die die überschneiden sich überschneiden du musst Prozent größeren Abstand lassen die überschneiden sich so dass sie so dass die Blätter halt also immer einiges an Abstand lassen so einiges an Abstand lassen Wurscht so geht's wie es hier ist wenn sie sich so leicht überlappen kann ich kann halt keine Bäume pläsen ich weiß auch nicht wieso ich kann manchmal auch keine pläsen ich kann gar keine pläsen das ist voll cringe Grinch? Was ist daran Grinch? Ja weil ich einfach nicht pläsen kann jetzt oder nee lass das komplett äh dass die sich komplett überschneiden weil dann bauen wir einfach eine Mauer ausbäumen das machen wir also die komplett ineinander pläsen dass das eine Mauer ergibt weiß dass man da nicht mehr durch kann das machen wir aber ich kann halt keine pläsen aus irgendein Grund jetzt konnte ich grad pläsen also du meinst richtig dicht aneinander ja ja so dass man nicht mehr durch kann so auch teilweise ineinander die Stämme damit dass er ja einfach ne so kann ich das denn nicht pläsen weiß dass das einfach so eine Mauer aus Bäumen gibt es aber ich kann die nicht pläsen die Bäume bauen das ist auch nicht so ich kann die Bäume nicht bauen ja aber das sieht natürlich aus das sieht mir dann auch so aus du scheiße wie viel machst du denn? ja du hast gesagt manche hinten manche vorne ja eine Mauer glatte Mauer oder so ja mach es einfach so wie du willst so dass man nicht mehr durchgehen kann mach das hinten mal wieder ein bisschen weg damit der Speicher wieder sich bisschen entleert zwei Blöcke hinten lasse ich immer frei und da tue ich den Gras weg machen dann wird es besser bis zu viel nicht das macht du los ich bin zu viel ich bin zu viel ich weiß was nicht was ich kann ich kann keine ich weiß nicht wie man die Barriere einstellt weil ich kann die nicht ruhig ich weiß wie die gehen ich weiß wie die gehen weil sie werden nicht unsichtbar immer wenn ich die einstellen ich weiß wie die gehen ja Bro dann sieht man trotzdem nicht so sieht doch scheiße aus dann zumindest Rohbäume hin aber dann machbar werden dann würde ich erstmal die ganzen Bäume mitmachen und die Bäume hast du hier so wo Bäume gehen aber auch nicht mehr oder in welche Richtung sind wir musst du gucken weiß ich nicht also bis da oben sind sie bis hier hoch sind sie und bis dorthin sind sie wow das kommt mit dem Bild oh perfect landing ja jetzt hab ich den bekommen guck mal ist nicht der Speicher schon oder der entleert digga krass und die Barriers sind bis da ganz oben also das will passen mal sehen wie weit das geht ja Bro höher gehts nicht oder aber die Barriers gehen auch durch die Zone durch das weißt du durch die Euro auf eine Zone naja ist eigentlich egal ja schon so ich mache nochmals kurz die Ding weg oder eine Schadenszone ne mach ne Barrier ich mache in der Zeit mal hier das ganze Gras ein bisschen weg damit sich der Speicher wieder ein bisschen entleert so hier muss ich stehen bleiben ein bisschen damit ich den Ding nicht lösche Abfahrt die sind aber nicht breit genug oder? ne die müssen auch ein bisschen breiter das ist kein Block bloß ja du ich dachte du kennst dich mit den Barriers aus ja du ich dachte du kennst dich mit den Barriers aus nein ich bin abgefallen ich dachte du kennst der ist abge ja abgegrieved ja ich weiß ja ich hab dir gedacht dass du den kennst natürlich das muss breiter du hast den halben Block bloß breit gemacht ja du bist doch noch breiter ne du hast keine Barriers mehr aber den da hinten Effenglickn das ist verheirg voll unnötig mach die mal weg resides jetzt so ich auf einmal die Barriers weg machen how old Ich nicht mehr drauf, ich soll das nicht machen! Das war die Zutaschale. Fahrer kam es weg, da sie auf sich죽ieren. Jede ist nicht da. Der war die wirkern. Der war die Zutaschale. Ich habe einen Knie, die dir nicht einfach dazu gehört. Ich habe einen Knie, der mal in der Knie! Und jetzt bin ich noch ein. Ich habe einen Knie, der du das hier nicht in der Knie verletzt. Ich habe einen Knie. So, meine Handycone ist endlich da, endlich, ich warte seit Wochen, Alter, darauf. Digger, seit Wochen hast du nicht mal das Handy. Wie viel seit Wochen? Also willst du doch nicht die Barriers, oder was? Nein, lass dir irgendwas anderes einfallen. Vielleicht Schadenstone oder so, wie du gesagt hast. Ja, das ist ja im Prinzip selbe. Ja, mach du das mal, wenn wir sehen was du willst. Ja, ich glaube, du kennst dich mit der Barriers aus. Los, los. Ja, ich bin jetzt mal fertig. Mal wissen, wie ich mal. Ich werde ihn vertreten. Nice, 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 nice. Meine Handyhülle ist da. Das gefällt mir. Ist ein gutes Produkt. Hashtag Werbung geht nicht raus an. Ist gut, stabile Hülle. Gefällt mir. Was ist da drauf? Bitte was ist da für eine? Das ist so eine Hülle. Ich schick dir immer ein Bild. Gucken wir uns bitte an. Das ist so ein bisschen stabilere Hülle. Fängt Stürze ab und so. Meine FPS gehen auch langsam runter. 60, 70 FPS. Von 300. 300. Okay, ich guck mal, ob mein PC hochgefahren ist, weil ich habe 17 FPS. Ja, mein PC ist hochgefahren. Gott sei Dank. Ich guck mal, mein Knie tut weh. Ich glaub, weil ich seit ein paar Stunden sitz. Thrombose. Nennt man das. Was für Thrombose? Hätte ich gerne Trompete. Thrombose? Weißt du, was das ist? Nee. Ich mag mal im Streamchat. So ein Streamchat? Guckt niemand. Doch. Guckt niemand. Thrombose ist sowas, wenn... Das ist eine Krankheit. Wenn du dein Bein zu wenig bewegst, dann tut das irgendwann heftig weh. Das tut nicht heftig weh. Ja, aber das tut dann irgendwann heftig weh und das ist eine Anzeige, dass man Thrombose hat. Nee, mein Bein schläfst anscheinend ein. Ja, sowas ähnlich ist, aber dein Bein... Für Thrombose, Alter. Ich hab keine Krankheit. Wenn man... Wenn man... Ich hab dir nie davon gesagt, dass du eine hast, aber das ist halt sowas. Sowas, wenn man nicht bewegt. Ja, ist einfach anscheinend mein Knie eingeschlafen, Dicker. Keine Ahnung. Das tut ja nicht heftig weh. Ist halt so... Ich weiß schon, ich weiß schon. Thrombose ist sowas, wenn man da so lange irgendwo sitzt und gar nicht bewegt. Gar nicht. Kopfhörer sind voll, darum hör ich nichts. Jetzt... hör ich immer noch nichts. Kann ich jetzt mal bitte wieder was hören? Ja, jetzt hör ich wieder was, endlich. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ich hab jetzt ihn richtig... wie ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und was, wenn ich auch Nein sag? Warte, wenn ich von oben drauf gucke, Digga, ich habe einfach nur 50 FPS, Digga. Ich wollte mit Elias Valida Minecraft spielen, ne? Wir haben auch gespielt, aber weißt du, was er macht? Was? Typischer Elias, der Tier hat sich alten. Ja, boah. Mach das auch. Also, kannst du das später mit einem Bonilla aufnehmen? Nö. Ja. Fortnite gerne. Ne, okay, dann nehmen wir halt Fortnite aus. Ne, aber das ist nicht scheiße, weil ich... Und dieses Adventure, wie soll, verstehe ich nicht einfach. Das ist so unleurig. Ja, Bro, wenn du es hier runterlädst, habt ihr doch gesagt, dass es ziemlich komplex ist. Was ist das Einfachste? Shotcut. Was? Kannst du das auf? Nö. Mach aus. Was guckst du? A wife. Naja, wunderschön. Der hat vom... Am Start. Evo, Evo am Start oder was auch immer der sagt, Digga. Evo am Start. Keine Ahnung, ich verstehe kein Wort von ihm. Der sagt immer Evo am Start. Digga, der heißt A wife, nicht Evo. Ja. Ja. Bro, da verstehe ich ja die Barry West besser als du. Sorry, sorry. Ja. Da verstehe ich die ja besser als du. Geister, da ist der Wack. Oh mein Gott. Ist das ein Docker? Ich weiß es, ich sollte es. Es muss ein Docker-Werkung. Ein Wolf. Digga, was macht der? Ist ja geistert bekloppt. Da haben wir ein Pizzer, wo wir noch Dinge update machen. Fortnite update. fortlauf der wir können aber auch company aufnehmen wenn du bock hast das macht schon mehr bock oder als das hat auch am jahr ist doch erstmal habe ich schon das habe ich gestern gemacht bruder muss los macht den scheiß aus warum macht das aus oder da bin ich ja schneller mit den barrieren als du alter das schließt du ja im gegensatz hat Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So hot. Was ist das? Was ist das? Nein. Ja, ja, ja. Dann halt Ende. Das stimmt doch schön. Es ist nichts. Eee, bis zum Flick ist ein Nummer aus der Sonne. Ja, das ist nichts. Nein, das ist nichts. Digga, wieso kann ich denn keine Bäume blazen? Ey, das ist so nervig. Ich kann keine Bäume blazen. Ey, wieso fliege ich immer raus? Ich kann keine Bäume bl Was ist das? Was ist das? Ich bin jetzt noch ein company online. und zum Aufschlag oder Namen ich die Ich bin tot als ich hasse ihn gespielt. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. keine Ahnung das ich sehe jemand live da ist jemand live, hab ich grad bemerkt uff da ist jemand live abgehört hat mir das Video geladen und werbung abgabend Denn es hat jetzt ein paar Tage gedauert. Wir sind jetzt gerade, glaube ich, aufs Titel für die 6. Und Tabata wurde wieder gemeldet, weil er anscheinend kommt, dass er wieder weiter zieht. Wenn ihr die Folge noch kennt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Das ist dann noch ein paar Tage später. Und jetzt kam endlich die Meldung von dem Spieler. Dann war das Haustrille voll. Guck mal, es wurde wieder gemeldet. Der Schreibt hier, und dann hab ich auch wieder aufs Titel. Ich hab alles gebraucht. Ich glaub, es ist auch billig. Wieder mal dreistisch geschrieben, du, ja, aber egal. So, hier ist 1.000, was wir füllen, oder 1.000 mit Money, okay. Ich hab hier auf dem Akkord auch immer noch versucht, was wir jetzt mal gegeben haben. Was ist das denn jetzt mal wieder? Ich hab mir jedenfalls mal noch das Geld gegeben, wenn man an der Kamera-Accountspieler komplett nicht als Erster zu erkennen und werde gleich mit dem einfach gehandeln. Schreibt mir mal was so an. Ähm, ich würde... Ich mir auch nicht, ich gucke das Videofeld, das ist okay. ... ... .... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020